Willkommen zum kleinen Ritt durch die Märkte vor der neuen Handelswoche. Zum Teil gab es ein bisschen Entspannung letzte Woche im Handelsstreit zwischen den USA und China. Donald Trump streckt offenbar neue Verhandlungen an und hat da mal Finanzminister Steven Nugin vorgeschickt. Auf der anderen Seite allerdings, nachdem also der Markt ein bisschen Hoffnung gezeigt hat, wurde die Hoffnung am Freitag von Donald Trump persönlich auch gleich wieder zerstört. Er liebörgelt trotzdem mit neuen Strafzöllen gegen China. Stützend wirkte auch eine Zeit lang ein etwas schwächerer Dollar aufgrund von relativ schwachen Inflationsdaten aus den USA. Allerdings auch das wurde dann am Freitag wieder gerade gerückt und der US-Dollar konnte wieder steigen, als die Fed nämlich Charles Evans von der Chicago Fed vorgeschickt hat, der keinen Zweifel daran ließ, dass die Fed an ihrem eingeschlagenen geldpolitischen Kurs festhalten möchte. Auch Präsident Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei ist immer wieder für eine Überraschung und für Wendungen am Markt durchaus gut. Er hatte, bevor die türkische Notenbank in der letzten Woche die Zinsen deutlich angehoben hat, erklärt, dass er zwar die Unabhängigkeit der Notenbank respektiert, allerdings habe das ganze Grenzen, was bei den Märkten nicht so richtig gut ankam, die Notenbank hat dann trotzdem sehr unabhängig reagiert und hat den Leitzins, den einwöchigen Reprozents von 17,5 auf 24% angehoben. Auch das hat die Märkte erstmal beruhigt. Allerdings ist die Frage, wie lange das Vertrauen hält, weil Erdogan auch danach wieder klar machte, dass er mit diesen Zinsentscheidungen nicht zufrieden ist und die Geduld irgendwann eben zu Ende sein könnte. Also die Unabhängigkeit der Notenbank ist zwar offenbar zur Zeit gewährt, ob sie das auf alle Zeit ist, das ist halt so eine Frage. Wieder fast auf historischem Tiefniveau ist der argentinische Pesum, was zeigt, dass die Krise in den Schwellenländern, die Finanzkrise, die zur Folge hat vor allem, dass Kapital aus den Schwellenländern abgezogen wird und in die USA, in die sicheren US-Staatsanleihen, die ja inzwischen doch so um die 3% Zinsen bringt, abgezogen werden, die bleiben auch weiterhin bestehen. Also insgesamt ist es eine sehr wackelige Angelegenheit, dass wir also in der nächsten Woche die ganz großen Ausbrüche erleben. Damit ist wohl eher nichts zu rechnen. Die Risiken sind einfach nach wie vor ziemlich groß. Am Ende empfanden dann sogar die Kritiker der EZB mal die EZB ziemlich gut in der letzten Woche und haben sich gefreut, dass die EZB genau das gemacht hat, was sie avisiert hatte, nämlich ab Oktober die Anleihekäufe nochmal um die Hälfte auf 15 Milliarden pro Monat zu kürzen. Vor Herbst 2019 gibt es freilich auch keine Zinserhöhungen, aber damit konnte man rechnen. Und dann gab es noch was Positives in der letzten Woche. China konnte bisher den Zöllen aus den USA ziemlich gut trotzen, werden wir nachher dann in den Konjunkturdaten sehen. Hier erstmal die Daten aus Europa und Nordamerika. Wir fangen mit der Eurozone oben an. Die ZEB-Konjunkturerwartung war ein bisschen besser als erwartet. Insgesamt bleibt da natürlich trotzdem bestehen, dass zur Zeit der Pessimismus ein bisschen überwiegt, aber nicht mehr ganz so gravierend wie noch im Vormonat. Die Industrieproduktion in der Eurozone ist schwach. Daran kann man sich fast schon gewöhnen. Aus den USA gab es einen ziemlich guten Arbeitsmarkt, und zwar den JOLS-Report. Das sind die offenen Stellen in den USA. Fast 7 Millionen, so viele wie noch nie im Juli. Ansonsten sehen wir eben Erzeugerpreise und Verbraucherpreise unter den Erwartungen. Das, wie gesagt, dürfte die FED zumindest mal unter keinen zusätzlichen Druck bringen. Einige Marktteilnehmer hatten dann damit gerechnet, dass vielleicht die FED sogar das Tempo der Zinserhöhungen ein bisschen abmildert. Dagegen sprechen einfach die Stimmen aus der FED selbst. Industrieproduktion klingt erstmal nicht so schlecht, aber da hat offenbar nur die Großindustrie große Gewinne gefeiert, denn die Produktion des Verarbeitungsgewerbes in den USA dann doch eher dürftig mit 0,2% Wachstum. In Großbritannien sah das BIP ganz gut aus, die Industrie auch nicht so, aber der Arbeitsmarkt ganz gut. Und die Bank of England hat die Zinsen so gelassen, aber weitere Zinsenerhöhungen angekündigt. Genau so, wir fangen mit Euro-US-Dollar an, schauen mal ganz schnell. Der Euro-US-Dollar ist in der letzten Woche doch so langsam aber sicher nach oben gestiegen. Er ist dann irgendwann auch über die 1,1650 gestiegen, die wir ja als wichtigen Widerstand gesehen hatten. Kam dann nicht ganz bis 1,1735 und fiel dann wieder zurück, als dann eben klar war, dass Charles Evans sich deutlich geäußert hat, was Zinserhöhungen betrifft. Es wird in diesem Jahr noch 1 bis 2 geben, also im Dezember ist nach wie vor eine weitere Zinserhöhung auch nochmal möglich. Die andere wird es ja in der nächsten Woche geben, dann also am 26. September, wenn ich es jetzt ganz genau richtig im Kopf habe. Schauen wir uns mal Euro-US-Dollar im Monatschart an, dann sehen wir, dass wir langfristig auf einen Keil drauf zulaufen. Die ganz spannende Frage ist, in welche Richtung er sich auflöst. Auf der Oberseite sind wir in diesem Jahr am Jahresanfang gescheitert an der Wolkenoberkante auch gleichzeitig mit. Dann ging es eben jetzt wieder runter. Zur Zeit paddeln wir uns so ein bisschen seit Monaten hier in eine Seitwärtsrange an. Wir bleiben über dem orangefarbenen Kijun, wie wir hier sind. Also aus dem Monatschart ist jetzt so richtig viel Trend nicht zu erkennen. Im Daily Chart dann schon eher. Da haben wir auf der Unterseite die 1.15.15 als wichtigen Support und auf der Oberseite wäre 1.18.50 noch ein wichtiger Support, wenn man das Ganze mal so sehen möchte. Wir sehen auch vor allem auf der Unterseite, dass die 1.15.15 relativ wichtig ist. Wir haben da auf der rechten Seite den orangefarbenen Kijun als wichtige Ichimoku Marke, die einen wichtigen Supporter in diesem Falle anzeigt. Und auf der linken Seite mit rotem Fall markiert eine Wolkenlinie. Also von der aus, das ist schon ein relativ wichtiger Support, bricht er. Dann könnte es also hier durchaus bis 1.13.00 runterpoltern. Darüber haben wir auf alle Fälle noch bei 1.17.50 auch einen wichtigen Support. Auf der Oberseite, klar, 1.17.35 und auf der Unterseite 1.15.25. Wir sehen hier, dass der Ichimoku der Tenkanen Kijun nach unten gekreuzt hat. Wir sind inzwischen auch unter der Wolke. Das sieht zur Zeit also eher bärisch aus für den Wochenauftakt. Könnte also hier durchaus einen Test der 1.15.30.15 geben. Schauen wir auf den DAX. Da sehen wir, dass der DAX sich ein bisschen über die 12.100.00 gequält hat. Und da aber nicht so richtig weiterkommt. Auf der Oberseite so bei irgendwie 12.130.40 ist irgendwie Feierabend. Rein theoretisch sieht es gar nicht mal so schlecht aus, dass die Rallye hier weitergehen könnte. Denn auch der Ichimoku ist hier im Stundenschart durchaus bullig einzuschätzen. Tenkanen Kijun zeigen nach oben. Fangen wir auch hier mal beim Monatschart an. Dann sind wir übergeordnet, dass wir im Prinzip seit dem Jahr 2011 schon in einem permanenten Aufwärtstrend leben. Wir sind dann mal ein bisschen übergeschossen am 2015. Da waren wir dann doch ziemlich überkauft. Das ist dann ein bisschen korrigiert worden. Aber insgesamt, sage ich mal, bleibt dieser Aufwärtstrend intakt. Der bleibt doch intakt bis so ungefähr 11.400. Davon mal ganz abgesehen, wenn man das hier sieht, sogar noch tiefer. Na ja, das hier ist der Wochenchart. Da sehen wir, dass wir übergeordnet allerdings zuletzt in diesem Jahr eher fallende Kurse sehen und da eigentlich dann doch für dieses Jahr eher einen Abwärtstrend haben. Und die wichtigsten Marken sind dann auf der Unterseite jetzt die 11.720. Soweit sind wir natürlich noch nicht auf der Oberseite. Die werden neben dem Abwärtstrend so um die 12.900, 12.800 herum. Dann die 13.215, relativ wichtig. Und was auch wichtig ist, rot eingekreist jetzt, ich hoffe, man erkennt es. Der Blau Tenkan hat den orangefappenden Kijun nach unten gekreuzt. Und das ist eher ein bärisches Zeichen. Also von der Warte aus, dass es jetzt hier die ganz große Erholungsrallye gibt. Das zeigt zumindest mal der Wochenchart nicht an. Der Dailychart auch nicht. Der ist auch eher bärisch. Wir haben hier auf alle Fälle dann auf der Oberseite auch noch bei 12.650 die lange Wolken-Linie als Support. Ja, dann haben wir eben auch Support so um die 12.100. Darunter dann, wie gesagt, 12.700. Wir haben sicherlich auch nochmal um 12.900 das Tief da aus dem September. Auch nochmal ein bisschen Support liegen. Übrigens sieht man dann hier im Stundenchart. Da haben wir also auf der Oberseite auf alle Fälle dann auch nochmal, könnte es so sein, um die 12.165 ein bisschen Widerstand. Und dann gibt es so ein bisschen Widerstandszone um 12.280 bis 12.310 herum. Wie gesagt, auf der Unterseite 12.000 nochmal auch. Da ist so die Wolkenunterkante zur Zeit. 12.955, da haben wir auch so eine Wolkenlinie. Und eine Kijun-Linie, also von der orangefarbenen Ichimoku-Linie. Und dann eben das Verlaufstief bei 11.865. Das wären die Supports. Der Ichimoku im Stundenchart übrigens auch bullisch. Mal schauen, was er draus macht am Ende. Wie gesagt, das ist eine sehr wackelige Angelegenheit, aber weil auch aus fundamentaler Sicht nicht so ganz klar ist, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Wir könnten hier auch mal ein Fibonacci Retracement einzeichnen. Da sehen wir, dass eben auch so um die 12.145 hier in dem Fall ist. Die 38,20% Marke. Da muss man eben auch erstmal drüber kommen. Das hat eben dann der DAX letzte Woche noch nicht geschafft. Kommen wir da drüber, dann haben wir 12.230. Und dann eben, ganz wichtig, die 61,8% Linie bei 12.320. Wenn wir also da über diese Widerstandszone 12.280 bis 12.320 drüber kämen, dann wiederum hätte der DAX durchaus die Möglichkeit, vielleicht sogar das Verlaufshoch aus dem August bei 12.600 zu erreichen. Aber zur Zeit sieht die ganze Erholung insgesamt doch sehr korrektiv aus und eine Fortsetzung der Korrektur der Übergeordneten, die wir hier seit Ende August gesehen haben, die ist durchaus noch nicht vom Tisch. Der S&P 500 sieht wesentlich freundlicher aus, agiert nicht weit vom Allzeithoch entfernt, allerdings Tenkan und Kijun zeigen hier eher seitwärts. Und das könnte ein Zeichen dafür sein, dass zur Zeit ein bisschen die Dynamik fehlt, zumal beide Linien ein bisschen breitbeinig dastehen. Schauen wir mal übergeordnet, natürlich sind wir auch hier seit April 2018 auf alle Fälle auf einem permanenten Aufwärtstrend, der zur Zeit auch nicht wirklich gefährdet ist. Hier ist also durchaus, der Tenkan ist auch noch über dem Kijun, also die blaue Linie ist über der orangefarbenen Linie, wir sind klar über der Wolke, hellblaue Nachläufer über den Kursen, das ist natürlich eher ein bullisches Szenario, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Dann haben wir den Stundenschat hier auch mal schnell, da sehen wir ein wichtiger Support auch nochmal bei 2.893. Ja, zur Zeit sieht das nach oben gar nicht mal so übel aus, wobei auch hier der blaue Tenkan interessanterweise den Kijun nach unten kreuzt. Auch der Dow Jones sieht freundlich aus, könnte, wenn er jetzt hier über die 26.150 drüber kommt, durchaus Richtung 26.700 sich weiter erholen, sieht auch zur Zeit nach wie vor durchaus freundlich aus. Aber wie gesagt, in allen Charts fehlt zur Zeit so ein bisschen Dynamik, also so ein bisschen fehlt einfach mal ein Impuls für den nächsten Schub nach oben, deswegen müssen die Bullen auf alle Fälle immer auch im Auge behalten, dass es plötzlich in die andere Richtung gehen könnte. Das sehen wir dann auch hier im Stundenschart, es ist durchaus volatil, zuletzt hat die 26.070 gehalten, ein bisschen tiefer ist dann auch nochmal die Wolkenunterkante, jetzt dann so bei 26.50 herum. Ja, solange das hält, ist es sehr schön, aber auch hier hat der blaue Tenkan gerade den Kijun nach unten gekreuzt, das sind alles keine Zeichen dafür, dass es jetzt hier demnächst eine Explosion der Bullen gibt. Der Nasdaq hat die Abverkäufe der letzten Woche wieder ein bisschen kompensiert, wenigstens hält sich also auch hier mehr oder weniger dann auf Allzeithochniveau, verteidigt locker den Aufwärtstrendkanal oder den Aufwärtstrend, das ist ganz klar hier ersichtlich. Auf alle Fälle wichtige Supportzone aus dem Daily Chart zur 7.330 bis gut 7.200, das ist so die Zone, in der die Wolke ist, unter 7.160 wird es dann auch unter die 7.000 wahrscheinlich gehen. Auch hier mal schnell noch der Stunden-Shot und da sehen wir, die Ichimoku-Stufe da bei 7.600 bildet erst einmal einen wichtigen Widerstand, da ist dann am Freitag der Nasdaq 100 auch deutlich abgebreit, genau unter 7.490, also unter der Wolke, würden wir dann die September-Tiefs erneut testen bei knapp 7.400. Der britische FTSE 100 hat in der letzten Woche dann sich versucht zu stabilisieren, da gibt es ja durchaus Entwicklungen in den Brexit-Gesprächen mit der EU, die, sage ich mal, wenigstens ein bisschen Hoffnung machen. Das hat dann den Abverkauf, den wir im August vor allem gesehen haben, ein bisschen gebremst. 7.190, 7.200 wäre dann der nächste Support. Damit es wieder mehr in Richtung Bullish geht, müsste man aber wohl doch über die 7.500 wieder kommen und wieder in diese Seitwärts-Range eintreten. Das ist schon mal klar. Cable hat sich dann eben auch ein bisschen erholt, hat aber zur Zeit ein bisschen Schwierigkeiten, den Aufwärtstrendkanal zu halten. Delfin Kahn immer noch über dem Kijun, kommen wir hier also über die Wolke, könnte es hier durchaus einen Schub Richtung 1.34.75 geben. Aber das muss man mal abwarten. Also wie gesagt, auf der einen Seite ist die Hoffnung in Großbritannien größer geworden, dass es einen geregelten Brexit, also einen Ausverhandelten mit der EU geben könnte. Auf der anderen Seite haben wir eben den US-Dollar, der am Freitag aufgrund der neuen protektionistischen Bestrebungen von Donald Trump und der erneuten Schwäche in den Schwellenländern, der Währungen der Schwellenländer wieder stärker geworden ist. Und deswegen bin ich mir nicht so richtig sicher, ob das wirklich funktionieren kann oder ob wir dann vielleicht doch wieder Kurse sehen, die weiter nach unten tendieren. Euro-Britisches Fund hingegen könnte tatsächlich weiter zulegen, aufgrund der derzeitigen fundamentalen Lage, also eben der Hoffnung, dass Großbritannien und die EU doch noch eine Regel finden, mit der man sich trennt und das Ganze nicht ganz wild werden lässt. Ziel könnte 08825 erst einmal sein. Ein Bruch würde die 087 als Ziel aktivieren. Blick mal schnell noch auf die kommende Woche. Da gibt es durchaus einige Daten. Der Verbraucherpreisindex der Eurozone dürfte erstmal nicht ganz so wichtig vielleicht werden. Auf der anderen Seite, wenn er völlig überrascht, dann schon. Aber es ist die zweite Lesung. Von der Warte aus ist da mit Überraschung eher nicht zu rechnen. Die Einkaufsmanagerindizee ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Da kann man also wieder mal die Stimmung der Manager letztendlich am Freitag dann beobachten. Aus den USA gibt es auch so einige Daten. Vor allem dann auch gegen Ende der Woche der FiliFed Herstellungsindex sicherlich sehr wichtig. Und dann auch die Market-Einkaufsmanagerindizes. Da sollte man mal drauf schauen. In Großbritannien gibt es auch Einkaufsmanagerindizes. Ne, gibt es nicht. Stimmt nicht, aber Verbraucherpreisindex gibt es. Das könnte interessant werden. Wie gesagt, die Bank of England hat ja schon Zinserhöhungen angedroht wieder. Und wenn die Verbraucherpreise entsprechend galoppieren, könnten die schneller kommen als der eine. Denn vielleicht denkt Zinsentscheidungen gibt es in der Schweiz. Und dann noch ein paar Daten aus Kanada. Schau mal noch schnell auf den Schweizer Franken und sehen, dass der Euro-Schweizer Franken weiter gesunken ist. Das hat weniger mit der Geldpolitik der Schweizer Nationalbank zu tun als vielmehr. Dass der Schweizer Franken überproportional zu anderen sicheren Häfen eben als sicherer Hafen genutzt worden ist. Und dadurch ist der Schweizer Franken eben noch stärker geworden. Hier droht jetzt also auch wieder die 1,1180. Wenn wir uns das Ganze mal schnell im Wochenchart anschauen. Darunter wäre dann schon 1,10 durchaus ein Ziel, das interessant sein könnte. Dazwischen gibt es noch so bei 1,1080 herum auch ein bisschen gewölbt. Das könnte durchaus auch noch sein. Ja, seit Frühjahr 2018 sind wir doch deutlich abgestürzt. Damals waren wir noch bei 1,20. Heute droht die 1,10. Dürfte für die Schweizer Nationalbank auch nicht so richtig sein. Also charttechnisch ist das Ganze auf alle Fälle mal eine ziemlich bärische Angelegenheit. Wir haben hier auch einen längerfristigen, seit 2015 währenden Aufwärtstrend gebrochen. Auf der anderen Seite ist eben die Frage, ob die Schweizer Nationalbank es einfach geschehen lässt, dass der Schweizer Franken immer teurer wird, weil das könnte die Wirtschaft ja irgendwann auch bremsen. Bisher ist das aber interessanterweise auch nicht geschehen. Wenn wir uns den Stundenchart anschauen, dann ist das Ganze auch bärisch. Wir haben hier sicherlich vor der 1,1180 nochmal einen Support bei 1,1215 oder 1,1210 US-Dollar. Schweizer Franken sehen wir hier eben auch. Sicherer Hafen gesucht, auch in der letzten Woche gab es keine richtige Erholung. Gab es mal am Montag den Versuch Richtung 0,9770 zu kommen. Das ist nicht gelungen. Wir sind wieder auf der Unterseite bei 0,9645. Brechen wir da durch. Ja, gibt es vielleicht nochmal bei 0,9550 Support und dann haben wir eine sehr lange Wolkenlinie. Aber wir haben da so ein bisschen Unterstützung mal gehabt im März, vor allem 2018 bei 0,9425. Das könnte dann durchaus drohen, wenn wir hier durchbrechen. Tenkan und Kijun sind relativ weit auseinander, drehen aber auch gerade wieder Richtung Seite. Die Wolke ist allerdings sehr weit weg. Also wir sind überverkauft. Das ist vielleicht die Hoffnung der Bullen, dass es doch eher eine Stabilisierung gibt. US-Dollar, kanadischer Dollar. Ja, da gab es ja eine schöne Erholung Anfang September. Richtung 1,3220. Inzwischen sind wir wieder unter der Wolke. Wir sind auch unter dem Kijun, auch nach der Erholung am Freitag noch. Zurzeit sieht das also noch bärisch aus. Sollten wir diesen Abwärtstrend, den wir schon mal überwunden haben, ein zweites Mal überwinden und über die Wolke bei 1,3120 kommen, käme hier trotzdem eher ein bullisches Szenario noch in Frage. Kritisch dürfte es unter 1,2920 werden, also unter den Tiefs davon Ende August. Brechen wir da durch, dann dürfte es weitere neue Tiefs geben. 1,2825 erscheint mir nochmal als wichtiger Support. Und dann die 1,2685. Wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen auseinanderziehen hier im Deli-Chart sehen, weil allerdings, dass der blaue Tenkan noch über dem orangefarbenen Kijun liegt. Das ist erst einmal noch kein Verkaufssignal. Von der Warte aus können die Bullen auch noch ein bisschen hoffen. Die weiteren Zahlen aus den anderen Wirtschaftsregionen der Welt. Japan hat ein ziemlich gutes BIP veröffentlicht, das war allerdings so erwartet worden. Die Industrieproduktion war dagegen nicht so gut. Aus China, wie gesagt, sehr gute Daten hatte ich schon angesprochen. Industrieproduktion 6,1% spricht dafür, dass die Zölle in den USA zur Zeit noch wenig wehtun. Kann man mal sagen, guter Arbeitsmarkt aus Australien und in der Türkei sieht man schon, dass die Krise der Lira letztendlich eine Krise ist, die eben auch das Vertrauen in die Türkei für Investoren ein bisschen durchaus in Nidleidenschaft gezogen hat. Und das Ganze hat sich dann eben auch aufs BIP ausgewirkt, nachdem es noch im ersten Quartal 7,4% auf das Vorjahr gegeben hat, waren es jetzt nur noch 5,2% Wachstum. Das sieht also nicht so richtig gut aus. Rohöl-Lagebestände in den USA deutlich gesunken, aber die Lagebestände der Distillate dafür noch mehr gestiegen. In Nikkei sehen wir vor allem eine Yen-Schwäche, die sich hier sehr stark ausgewirkt hat. Damit hat der Nikkei deutlich besser performt als viele andere Indizes und hat das dreifach Top da bei 23.075 Punkte am Freitag durchbrochen. Das ist natürlich eine Nachricht für die Bullen, die schön ist, zumal auch Tenkan und Kijun hier sehr schön nach oben zeigen, hier eingekreist. Und somit vielleicht sogar eine Fortsetzung der Rallye am Montag bis 23.600 durchaus denkbar ist. Dann haben wir den US-Japanischen Yen. Da sehen wir das eben, die Yen durchaus mit Schwäche. Bei 110,40 hat sich ein Boden gebildet. Und auf der Obers Seite sind wir gerade dabei, die 112 nachhaltig vielleicht zu überwinden. Sollte das geschehen, haben wir weitere Widerstände bei 113,15 und 113,80. Das könnten die nächsten Ziele sein. Auf der Unterseite wäre vor allem ein Bruch der 189 ziemlich kontraproduktiv. Danach dürften die Bären zumindest mal bis 108 kommen. Wo ist der chinesische Yuan? Da sehen wir, dass der Yuan weiterhin unter Schwäche leitet. In der letzten Woche ging es mehr seitwärts. Aber das ist schon ein Ausdruck letztendlich vor allem nicht der Notenbankpolitik, sondern mehr des Vertrauens in die chinesische Wirtschaft zur Zeit. Das bedeutet ganz einfach, dass wir eben doch eine gewisse Kapitalflucht in China sehen. Und das hat den Yuan entsprechend unter Druck gesetzt. Und so richtig gegensteuern konnten die Chinesen bisher nicht. Das ist dann eben auch die Angst, die am Shanghai Composite zu sehen ist. Wie gesagt, es gab dann ja ein bisschen wenigstens Hoffnung, was den Handelsstreit mit den USA betraf. Aber so richtig viel hat das dann am Ende dem Shanghai Composite auch nicht genutzt. Hier droht immer noch der Bruch der 2650. Wir bleiben hier also auf sehr, sehr niedrigem Niveau und insgesamt bärisch. Wir haben dann nochmal bei 2560 und bei 2450 die nächsten Ziele. Tenkan und Kijun hier im Wochenchart allerdings seitwärts gedreht. Vielleicht ist das die Hoffnung, dass wir doch irgendwann eine Stabilisierung sehen. Aber zur Zeit, wie gesagt, ist das alles noch ziemlich wackelig. Der australische Dollar bleibt auch weiterhin auf Talfahrt. Neues Tief letzte Woche 070,85. Es gab dann eine kleine Erholung, sehr weit ist die aber, wie wir hier sehen, nicht gekommen. Und damit bleibt auch das Ziel intakt bei 068,25. Das ist hier nach wie vor ein ganz klarer und sehr stabiler Abwärtstrend, muss man ganz klar sagen. Gucken wir mal gleich auf den Kiwi. Der wird mitgezogen nach Süden, auch der im Abwärtstrend. Und die 063,60 könnte hier das nächste Ziel sein. Zur Zeit kämpft man auch ein bisschen um die 065,40. Aber so richtig erfolgsversprechend sieht das zumindest mal zur Zeit nicht aus. Tenkan und Kijun drehen sich auch gerade wieder, wenn man sich das mal genau anschaut, drehen sich beide Linien gerade ein bisschen auch wieder Richtung Süden. Also das sieht eher bärisch für die nächste Woche aus. Auch im Stundenchart. Ne, das ist der Dailychart. Was war das davor? Das war der Wochenchart. Jetzt sind wir im Dailychart und sehen, dass sich das hier im Prinzip bestätigt. Wir haben am Freitag dann letztendlich an der 065,70 gescheitert und drehen wieder ab, womit das nochmal bestätigt wird, dass die 063,60 durchaus ein Ziel sein könnte. Und dann gucken wir auf Euro-Türkische Lira. Da sehen wir das auch. Die türkische Notenbank hat am Donnerstag getagt, hat damals den Euro-Türkische Lira immerhin auf sieben Lira runtergebracht. Allerdings am Freitag gab es schon wieder eine leichte Erholung. Da hatte Herr Erdogan schon wieder nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Überlegungen anzustellen, dass das mit der Unabhängigkeit der Notenbank vielleicht doch keine so gute Idee ist. Richtig, Krise ist in Argentinien weiterhin. Nur ist der argentinische Peso, nachdem es mal ein bisschen Beruhigung in der letzten Woche gegeben hat, diese Woche wieder klar auf dem Vormarsch. Wir sind schon wieder fast 1,40 dran. Das sieht nach wie vor ziemlich krisenhaft aus. Und das dürfte den Marktteilnehmern auch weiterhin Sorgen machen. Dann gucken wir noch aufs Rohöl. Das ist, wenn man sich den Wochenchart anschaut, in einem korrektiven Aufwärtstrend, nach dem großen Abverkauf seit 2014 bis 2016, hat sich das Ganze stabilisiert. Aber so die ganz große Dynamik nach oben ist nicht gekommen. Von der Warte aus muss man mal schauen, wie die ganze Nummer weitergeht. Im Wochenchart zumindest mal sieht das jetzt nicht unbedingt so aus, als ob wir jetzt hier demnächst einen Riesenimpuls erleben. Auf der anderen Seite ist es nach wie vor freundlich. Der ganz große Abverkauf ist auf alle Fälle zur Zeit auch nicht auszurufen. Im Daily Chart sehen wir das auch eher so, naja, eher seitwärts. Wir haben da jetzt zwei Dorte. Das ist, wenn man so will, ein Doppeltop bei 71,40. Auf der Unterseite gibt es den ersten Support so richtig bei 66,90. Dazwischen bei 70 halt die Wolke. Ja, zur Zeit, wie gesagt, also seitwärts. Mal gucken, wie es weitergeht. Hier gibt es im Prinzip zwei Dinge. Auf der einen Seite gibt es ja durchaus Tendenzen, dass die Weltkonjunktur ein bisschen abkühlen könnte. Das könnte also durchaus auf den Ölpreis drücken. Auf der anderen Seite ist es halt die Frage nach dem Embargo, das die USA gegen den Iran beschlossen hat, wenn das im November in Kraft tritt, was Öl betrifft, könnte es ja durchaus zu Lieferausfällen kommen. Das könnte wiederum den Ölpreis steigen lassen. Das muss man mal ganz klar abwarten. Also zur Zeit ist sich der Markt hier auch offenbar nicht so ganz klar, wie es weitergeht. Zumindest mal von den Hochs des Jahres bei 75 Dollar sind wir doch zur Zeit einigermaßen ein bisschen entfernt. Aber nach unten geht es halt auch nicht so richtig. Ein ganz wichtiger Support dürfte so um die 64, 30 bis 64 liegen. Das sieht man da, denke ich, auch sehr schön. Da sind wichtige Supports. Da ist der Kurs mehrfach aufgefangen worden. Da brechen wir dadurch, könnte es dann sogar zu einem Test des Aufwärtstrends bei zur Zeit 57. 50, 50, komm, wenn wir uns den Stundenchart anschauen, sehen wir, so bei 68, 40 gibt es auch noch ein bisschen Support für den morgigen Tag zumindest. Und auf der Oberseite, naja, da haben wir dann eben so die 69, 40 bis 70 zu bieten. Also, ja, zuletzt gab es hier auch wenig klare Richtung zu erkennen. In der kommenden Woche gibt es eine Zinsentscheidung durch die Bank of Japan. Es ist nicht damit zu richten, dass die Bank of Japan da irgendwelche Ankündigungen macht. Anders ist es bei der Reserve Bank of Australia, die bietet ihr Sitzungsprotokoll. Könnte sehr interessant werden. Mal schauen, ob da irgendwas drinsteht in Sachen Geldpolitik. Der australische Dollar verliert ja unheimlich an Wert. Also, von der Watt aus wäre eine Zinserhöhung vielleicht dann tatsächlich mal angesagt. Mal schauen, was da im Sitzungsprotokoll zur Schwäche des australischen Dollars steht. Außerdem das BIP aus Neuseeland. Und bei der Zinsentscheidung in Norwegen, da war der Markt tatsächlich eine Zinserhöhung. Schauen wir mal, ob die kommt. Schauen wir auch mal auf die norwegische Krone. Die hat nämlich schon mal in der letzten Woche deutlich zugelegt. Könnte diesen Weg also in der nächsten Woche erst einmal fortsetzen. Die Zinsentscheidung ja erst am Donnerstag. Da könnte man also vorher noch ein bisschen was einpreisen. Richtung 7,98,60 könnte sich hier der Kurs also durchaus bewegen. Zumal wir sind fast durch die Wolke durch. Kämen wir durch die Wolke durch. Dürfte auch der hellblaue Nachläufer so ziemlich durch die Kurse durch sein hier im Daily Chart. Und der Blau Tenkan hat auch schon den Kijun nach unten gekreuzt. Von der Watt aus könnte das dann durchaus bärisch werden. Bärisch ist auch weiterhin eher das Gold. Das kommt hier über die 1208 nicht so richtig drüber. Auf der Unterseite gibt es nochmal bei 1188 Support. Da sind wir zuletzt ja eher seitwärts gelaufen. Bei einem Bruch ist hier durchaus wieder der Test der 1160 nochmal möglich. Und wenn wir uns den Wochenchart anschauen, sind wir auch hier. Wir sind überverkauft, aber es gibt durchaus noch Ziele auf der Unterseite. 1122 und 1046, dass Gold schon die Krise überwunden hat. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das Problem ist ganz einfach, solange die FED weiter ernst macht und Zinsen anhebt, sind eben US-Staatsanleihen als ebenfalls sichere Anlage einfach attraktiver, weil sie Zinsen abwerfen. Das macht das Gold eben nicht. Von der Warte aus hat Gold es weiterhin ziemlich schwer, bis dann tatsächlich die nächste Wirtschaftskrise kommt. Die ist ja noch nicht so ganz in Sicht. Schauen wir doch schnell auf Ethereum. Das hat letzte Woche richtig deutlich gewonnen. Allerdings aufgrund dessen, wo es mal hergekommen ist, sieht man auch 15% oder 13% nicht so richtig. Aber es gab eine Erholung, die eben wie gesagt noch nicht allzu weit aber gekommen ist. Charttechnisch ist das Ganze weiterhin eine Nummer, die eher nach unten gerichtet ist. Im Stundenchart könnte es, sagen wir mal, noch einen Schub geben. Wenn wir über die 234 kämen, dann wäre zumindest mal 245 als Ziel oder sogar die 300 durchaus denkbar. Ja, zur Zeit aber, wie gesagt, sollte man hier mit Euphorie noch ein bisschen vorsichtig sein. Das sieht man auch, wenn man den Stundenchart ein bisschen auseinanderzieht. Da sieht man nämlich, dass der blaue Tenkan nach unten zeigt und auch noch unter dem Kijun ist. Auch wenn der Kurs über der Wolke ist, ist das ein Zeichen, dass es mit dem Bullengeschäft nicht so ganz leicht zu werden scheint. Nochmal auf den Daily Chart schnell zurück. Wir sehen hier nämlich auch, dass wir nach wie vor auch im Abwärtstrend sind. Der müsste auch erstmal gebrochen werden. Das wäre bei 275 herum durchaus möglich. Die Bitcoins haben, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt muss ich direkt nochmal schauen schnell. Ich glaube, die hatten knapp 6% gewonnen in der letzten Woche. Sonntag schon wieder ein bisschen verloren. Naja, wichtiger Support ist hier so bei 5.875 zu sehen. Auf der Oberseite, ja, die Wolke und dann eben 7.430. Das ist so die Range, in der wir zur Zeit irgendwie handeln. Darüber wäre dann nochmal 8.490. Die 10.000 ist nach wie vor sehr, sehr weit weg. Unten hat, wie gesagt, bis jetzt die 5.875 gehalten. Sollte die nicht mehr halten, naja, es gibt noch so ein paar Supports bei bis 5.140 und sollten die alle nicht halten, dann haben wir eine ziemlich lange Ichimoku-Linie bei 4.000 zu liegen. Ich würde das zur Zeit ehrlich gesagt nach wie vor nicht ausschließen. Ichimoku ist nach wie vor auch eher bärisch hier eingestellt. Wir schauen noch auf Platinum. Das hat letzte Woche durchaus zugelegt. Man hat allerdings das Ganze hier im Chart auch nicht so richtig gesehen. Platinum letzte Woche immerhin 1,7%. Das ist jetzt nicht der Brüller für eine ganze Woche, aber immerhin deutet sich hier weiterhin Stabilisierung an. Aber wir müssen eben mal über die 805 und am besten auch mal über die 840, also über die Wolke und die 855 kommen. Dann könnte es hier wieder Kurse Richtung 1000 geben. So weit sind wir noch nicht. Zur Zeit ist auch die Gefahr da, dass wir unter die 756 drunter wegfallen. Im Gegensatz zu den anderen Indizes, die in der letzten Woche, sage ich mal, ja nicht so schlecht da gestanden haben, hat die Börse in Budapest ordentlich Druck bekommen. Grund ist das Verfahren, das die EU wegen Mängeln bei der Rechtsstaatlichkeit gegen Ungarn eingeleitet hat. Das hat den Markt dann doch bewogen, den ungarischen Aktienindex in der letzten Woche um 2,5% fallen zu lassen. Und das war es dann für heute. Das war dann durch die Märkte, das war die Vorschau auf die kommende Woche. Ich hoffe es war wie immer interessant, dann können wir uns nächste Woche wieder sehen. Bis dahin, viel Erfolg in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Erfolg in der nächsten Woche.